Hallo und seid mir herzlich willkommen. Wahrscheinlich kennt ihr dieses Bild, weil wir sind mal wieder in Empreie du Lyon. Mich beschäftigt seit heute Morgen ein wenig die Frage, ob es denn möglich ist, einen Drachen auch in einer Zweierparty zu erschlagen. Ja, und da kann ich lange drüber nachdenken, so oder so, wird man es nicht rausfinden, wenn man es nicht probiert. Und ich habe mir jetzt den Hiwanal rausgesucht, um es erstmal zu probieren, hat mehrere Gründe. Punkt 1, ich habe leider sehr alte Spielstände hier für Ella schon gelöscht, einfach auch um mal wieder Platz zu bekommen. Und habe eigentlich nur die Speicherstände ab Empreie du Lyon und das waren die letzten Drachen, die ich erschlagen habe. Also alle Drachen vorher kann ich leider nicht mehr zurückholen. Und der zweite Grund ist, dass wir es jetzt erstmal mit dem Hiwanal versuchen. Der ruft keine Brut und ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu zweit ist, ist die Brut vielleicht eine Herausforderung. Also, ich will wissen, ob das möglich ist. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es mir so angewöhnt habe bei meinen Drachen-Specials. Ich zeige euch kurz die Einstellungen. Wir spielen das Ganze, wir versuchen es einfach, weil der Hiwanal ist ja eine Stufe unter uns. Der ist 19, wir sind 20, zeige ich euch auch gleich. Wir spielen es auf schwer und mit Friendly Fire. Und meine Magier haben beide die Stufe 20. Ich habe den Dorian mitgenommen, weil Dorian bereits schon die ganzen Feuerzauber hat, die wir ja für den Hiwanal benötigen. Und er kann auch noch wiederbeleben. Ansonsten seht ihr, dass ich 5 Sprengfeuer dabei habe und 5 Bienen. Der gute Dorian hat ebenfalls Sprengfeuer, also das Sprengfeuer-Heil-Länder-Nebel, so rum ist es eigentlich richtig, und Bienen dabei. Ich habe also auf Kälteresistenzmittel verzichtet. Ich hoffe mal, dass das kein grober Fehler war. Aber wenn wir bloß zu zweit sind, glaube ich, dass es besser ist, wenn wir ordentlich Bienen schmeißen können. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen es einfach. Diese Drachenkämpfe lassen mich nicht los. Ich möchte gerne noch 20 weitere Drachen haben oder ein Drachenkampf-DLC. Mit nochmal 20 weiteren Drachen fände ich total cool. So, Hiwanal, wo bist du? Da hinten ist er. So, wir haben natürlich Feuerstäbe. Uh, sch. So, komm mal her, mein Freund. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Ja, ich sollte natürlich nicht mit... Ich sollte mit Feuer schmeißen. Ja. Schön ausweichen. Und dann spuckt er gleich nochmal. Also weichen wir wieder eine Runde aus. Oh, seht mal meine Rache. Ja, nix, was du... Hast du das jetzt auch gemerkt, mein Freund? Es ist der Tag so gut angefangen. Komm, mach, was du wegkommst, Ella. Ja, das klappt ja einigermaßen. Wow, 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 wow. Es war vielleicht doch ein Fehler, Kai. So, komm her. Und du fängst mir bitte auch gleich. Am besten... Mach mal die Bienen. Und von mir kriegst du jetzt noch eine Faust. Ja, zieh mich ruhig rein. Komm her, Faust. Komm her, so. Und weiter geht's hier. Komm her. Und du kriegst von mir auch nochmal Bienen. Du wirst doch wohl nicht immun gegen die Dinger sein. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Komm her, Freund. Komm, komm, komm. Ach so. Oh, 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 oh. So, dann schmeiße ich uns beiden am besten gleich mal einen heilenden Nebel, bevor der uns hier jetzt einen sudden death bringt. Heilender Nebel. Ich bin ja mal gespannt, ob das klappt, Leute. Oh, und jetzt lauf weg, damit er uns nicht beide gleichzeitig erwischt. So, komm her. Du kriegst nochmal eine Faust. Flammenopfer und Bienchen hinterher. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Jetzt war ich nicht schnell genug. Ich hab's kommen sehen. Komm mal her. So. So, komm her. Weg da, Ella. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. So, komm her. So, und jetzt gibt's noch ein paar Bienen. Bienen allseits. Viele Bienen. Von mir gibt's noch einen. Upsa. Da haben wir ihn aber noch erwischt. Es ist natürlich schade. Die Bienen waren jetzt verloren. So, komm mal mit, Dorian. Dann machen wir am besten mal die Barriere. Komm her. Beide hierher. Ella auch noch ein bisschen näher. Wo ist er denn jetzt, der Freund? Ich hoffe mal nicht, dass er von da ausschmeißt. Doch, natürlich. Der Böse. Der Böse. Gut, dann gibt's jetzt noch einen Nebel für uns. Wir schaffen das. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Wo ist er? Da hinten kommt er. Geh mal. Dorian, geh mal hier ein bisschen näher hierher. Ja, genau. Das hab ich nämlich befürchtet. So. Und da ist er wieder. Also dann machen wir mal weiter. Und ich sollte gucken, dass ich nie da bin, wo auch Dorian ist. So, komm her. Auf geht's. Und los. Und noch ein paar Bienen. Nachdem wir jetzt schon Bienen verbraucht haben. Hier völlig sinnloserweise. Komm her. Und flammen auf. Ah, das geht jetzt nicht. Bin ich zu weit weg? Komm mal her. Oh. Eingefroren. Nicht gut. Komm her. Ella, lauf weiter. So, komm her. Und sechs. Und jawohl. Sechs ist die Steinfaust, wie ihr seht. So, und noch ein paar Bienen für dich, mein Freund. Ja, jetzt ziehst du mich wieder rein. Das ist mir schon klar. Und komm auf. Oh. Dann nehm ich mal einen Heiltrank. Und Dorian, du vielleicht auch, ne? Genau. Lass uns Heiltränke nehmen. Und dann gibt's hier. Komm her. So. Und drauf geht's. Haut drauf. Ich bin ja echt mal gespannt. Mach, dass du da wegkommst, Ella. So, jetzt fliegt er wieder eine Runde. Dann komm her. Komm, Dorian. Komm, 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 komm. Und eine Barriere für euch beide. Ja, komm, so. Wo ist er? Wo ist er aber böse? Da hinten kommt er. Dann dauert ein Stück zur Seite. Ja. Gut, das hat geklappt. Hat uns nichts gemacht, der Angriff. So, halb haben wir uns schon runter. Komm mal her, Hivanal. Und am besten gleich angreifen. Und. Schön weitermachen. Komm her. Jetzt kriegst du auch noch hier was von mir. So, und du, was kannst du noch machen? Du hast grad nix. Dann schmeiß ein paar Bienen. Halb haben wir ihn runter. Juhu. Komm her, auf. Mach, dass du da wegkommst, Ella. Mach, dass du wegkommst. Der spuckt gleich wieder. Oder macht irgendwas anderes Böses. Ja, gut, okay. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Andere Richtung. Andere Richtung. So, wenn das klappt, Leute, versuchen wir das mit dem kalten Zahn auch. Komm mal her. Ja. Und, nimm einen Heiltrank, Ella. Mach, dass du wegkommst. Ja, ihr seht. Mein, wow, wow, wow. Meine. Mein Kälteschutz ist leider nicht so toll. Als hätte er das gemerkt. Der Böse. So, da kommt er wieder. Dorian, hier rum, hier rum. Wir müssen uns... Halt. Barriere, genau. So, Barriere ist gut. Okay, komm her. So. Und jetzt bitte hier verstecken. Dorian, du auch. Ella, du auch. So. Dorians Schutz ist ein bisschen besser. Komm, auf geht's. So, und jetzt gibt's noch ein paar Bienen. Hi, Banal, du hast keine Chance. Das sag ich dir gleich. Dich machen wir fertig. So, komm her, komm. Mal gucken. Und nochmal eine Faust. Ja, komm schon, auf. Los geht's. Hihi. Oh, jetzt macht er nochmal, dass er wegkommt. Und wir hauen einfach hinterher, was immer wir haben. Oh, ich bin schon wieder eingefroren. Guck mal, was für eine hübsche Statue ich bin. So, kannst du Barriere machen, mein Freund? Dann mach mal. So. Da kommt's nämlich angeflogen. Ja. Hihi. So, Barriere ist gut. Komm mal her, Freund. Ja, schade, so lange fliegt, kann man irgendwie nicht erwischen. Hör mal auf. Jetzt gibt's noch einen heilenden Nebel für uns beide. So. Weg da, weg da. Oh, komm her, Freund. So. Ich glaube, dass jetzt dein letztes Stündchen geschlagen hat. So, dann gibt's noch ein paar Bienen. Und Feuer. So, Freund. Hehe. Komm, auf geht's. Los geht's. Mein Kleiner. Haha. Ah. Uhu. Leb wohl, Hivanal. Hehe. Komm her. So. Ob das auch mit dem kalten Zahn geht? Der kalten Zahn ist ja echt einer meiner Angstgegner. So. Ihr Lieben. Damit wäre Hivanal-Geschichte. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den guten Hivanal zu zweit. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, versuche ich das jetzt natürlich auch noch mit dem kalten Zahn. Das heißt, wir laufen jetzt zurück ins Lager. Und dann werde ich versuchen, den kalten Zahn noch zu erwischen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ciao. Hallo und seid mir herzlich willkommen zu einem neuen Versuch, den kalten Zahn mit der Zweierparty zu erschlagen. Wir machen's auf schwer. Ohne Schaden durch Verbündete. Das müssen wir uns echt nicht antun. Und Ella ist Stufe 20. Und der gute Dorien Stufe. Nein, Ella 21. Dorien Stufe 20. Ich habe auch ein bisschen gewechselt. Ihr seht, ich habe hier genau einen Trank. Und zwar hat der kalten Zahn, das ist nicht mein erster Versuch mit der Zweierparty, der hat uns so schnell weggebrezelt, dass ich dachte, wir müssen unbedingt eine Runde, eine Runde Kälteschutz haben. Frostschutzmittel gewissermaßen. So, und dann legen wir also auch gleich mal los und geben ihm alles, was wir haben. Was ihr noch seht, ich habe diesmal auf die Bienen verzichtet und das Pech-Sprengfeuer mitgenommen. Weil sich die Bienen nicht ganz als so sinnig erwiesen haben. Dieses Pech-Sprengfeuer macht den Gegner 90 Sekunden lang, ja, sagen wir mal ein bisschen langsamer, verlangsamt ihn. Und das ist gerade bei dem kalten Zahn, der ja so unglaublich gut bespielt. Guckt euch das an, der ist wirklich im Gegensatz zum Hiwanal deutlich agiler. Los, gibt's ihm. Auf geht's. Los. Es ist mein dritter Versuch. Wie gesagt, nicht der erste. Ah, nee. Ja, komm, lauf mit. Lauf einfach mit. Genau so. Der Dorian musste gleich wieder den Heiltrank nehmen. So, wir machen ordentlich Schaden. Ihr seht's. Jappah. Genau, und von diesem Pech-Sprengfeuer verspreche ich mir auch ein bisschen was, wenn die Kiddies kommen. Wenn die da hochgestürmt kommen, dass man die vielleicht irgendwie verlangsamen kann. Ah, jetzt hat er mich wieder erwischt. Gut, aber noch nützt taugt unser Frostschutz ordentlich was. Und wir machen, finde ich, ganz gut Schaden. Für zwei, kann man gar nicht anders sagen. Und solange ich ihn auf mich ziehe, kann der Dorian ordentlich reinknallen. Nein, okay, jetzt hat's den Dorian erwischt. Dorian ist wieder so eingestellt, dass er bis, ja, so lange Heiltränke nimmt, bis wir noch acht haben. Und dann muss ich da unten ein bisschen drauf achten, dass ich dann die Heiltränke, wenn wir auf acht sind, ordentlich verteile. Ansonsten haben wir elf Heiltränke dabei. Also nicht Heiltränke, sondern heilenden Nebel. So, okay, jetzt gib ihm. Und wieder hat er mich. Er hat allerdings nicht allzu viel Schaden gemacht. Das ist gut, also der Frostschutz taugt wirklich. Die beiden Rü... Ah, nee. Mach, dass du wegkommst, Ella, mach, dass du da wegkommst. Los. Ja, und nicht direkt an die Beine. Ah. Jetzt haut er gleich wieder mit seinem Bein. Und... Au. Böser kalten Zahn. Ich kann ihn nicht leiden. Ich bin hier wirklich böse, 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 böse. Ja, ich sehe es immer kommen. Und dann komme ich nicht schnell genug weg. Ja, mach, dass du wegkommst, Ella. Jawohl, genau. So ist gut. Weg da. Ah. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt klappt. Und gib ihm. Ja, war. So. Okay. Jetzt geht er erstmal eine Runde fliegen. Dann können wir uns erholen. Und dann gibt es erstmal einen heilenden Nebel. Genau so. Und Dorian, du machst uns jetzt gleich die Barriere. Weil jetzt kommt er nämlich gleich... Mal gucken, ob es reicht. Komm, Dorian auf. Komm, Barriere machen. Genau. Weil der schießt ja jetzt eine Runde Frostarten auf uns ab. Da kommt er. So, jetzt erstmal die Barriere. Ich bewege mich mal ein bisschen, damit, wenn er trifft, nur einer von uns trifft. Ja, okay. Okay, wunderbar daneben. Was ich sehr schade finde, ist, dass man die im Flug nicht treffen kann. Wenn sie abheben, die Drachen, dann kann man ihnen noch ein bisschen was mitgeben. Aber wenn die eine Runde fliegen, dann hat man keine Chance. Also dann kann man ihm einfach nichts mitgeben. So. Ja. Mhm. Nochmal Barriere, falls wir getroffen werden. Ja, war. Okay. Ja. Siehst du, das war gar nicht schlecht, weil beim Landen erwischt er einen manchmal auch so. Und jetzt geht's wieder los. Ab geht's. Los. Komm. Oh. Bin ich schon wieder zu weit weg. Und gib ihm. Ah, er ist geschwächt. Ich weiß nicht, welcher Zauber das ist, der geschwächt macht. Das sieht man auch später, wenn er weniger Leben hat, falls wir so weit kommen. Sieht man. Ja. Mensch, Ella. Mach, dass du wegkommst. Und ich hüpfe halt einfach. Scheint mir die schnellste Art der Fortbewegung zu sein für die Magier. Ah. Lauf, 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 lauf. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Ah, nee. Scheiße. Okay. Dorian, du musst mich jetzt aufwecken. Wiederbeleben kannst du nicht. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn? Der Inquisitor strauchelt. Ja. Komm, lauf, wir mal wieder rum. Mein Gott, ich bin aufgeregt. Ihr hört's bestimmt wieder an meiner Stimme. Adrenalin hoch 10. Oh. Scheibenkleister. Okay. Gut, dann muss ich einen Heiltrank nehmen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt muss ich mal hier Ella suchen. Ella, wo bist du? Ich find sie wieder nicht. Das ist in diesem Wasser gar nicht so einfach. Man sieht's nämlich wirklich nicht. Man sieht's eigentlich erst, wenn man relativ nah dran ist. Oder aber wenn man das Glück hat, so einen bestimmten Winkel zu finden. Vielleicht muss ich noch ein Stück vorlaufen. Mal gucken. Ja, das wird nicht, das wird nicht, glaube ich. Ja, jetzt fange ich hier schon an, total rumzufischen. Keine Chance. Komm, lauf noch ein Stück. Dorian, lauf ein Stück, genau. So, und jetzt mal noch ein Stück. Äh, haben wir denn noch? Na, wir müssen demnächst ein Frostschutzmittel geben. Da liegt, da liegt. Ja, da liegt Ella. Okay. Also bitte, einen heilenden Nebel. Ja, gut. Okay. Schmeiß einfach. Ach, komm, auf. Geschwind, habe ich überlegt, ob ich vielleicht noch aber näher ranlaufen soll, dass ich auch was abkriege. Also, dass Dorian auch was abkriegt. Aber gut, okay. Und dann jetzt einfach mal weitermachen, meine Herrschaften. Wir haben schon 25% des Lebens von diesem kalten Zahn. Und bei 50% ruft er dann seine Brut. Und dann wird's mal so richtig lustig. Barriere machen, genau. Weil er holt gleich wieder aus. Er holt schon wieder aus, genau. So. Ah, komm, komm, jetzt landet er hier wieder. Ja. Ah, Scheibe, heißt der Ella, mach, dass du wegkommst. Okay, und das ist eigentlich immer... Ah, Scheiße. Dorian. Es ist eigentlich immer ein ähnlicher Ablauf. Wir kriegen ihn ja nur mit Feuer. Und eben, wenn wir mal hier mit dem... Joppa. Äh. So, jetzt. Gut, das hat geklappt mit dem Nebel. Jetzt noch ein Heiltrank. So, und... Na, verpflickst. So, jetzt sind so noch sieben Heiltränke. Jetzt müssen wir aber auf Dorian aufpassen. So, komm. Und jawohl, genau. Das war ordentlich Schaden. Habt ihr das gesehen? Über 2000. Genau, zu dem Thema geschwächt. Ah, Scheiße, der erwischt mich wirklich immer wieder. Zu dem Thema geschwächt. Das merkt man so, wenn er bloß noch 25% Leben hat, dann wird er immer häufiger. Wird er geschwächt. Und dann macht er A, deutlich weniger Schaden. Und B, sind dann unsere... Da, Immungeschwächt, genau. Sind dann den Schaden, den wir machen, der ist deutlich höher. So, jetzt hat er wieder seine Rüstung. Also, jetzt schlägt er wieder. Ella, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Ah, nicht schon. Okay, Heiltrank. Liegt mir wieder nichts anderes übrig. So, jetzt... Ja, mach genauso. Okay. Ah. Das war jetzt leider nicht ganz so viel Schaden. Und jetzt mal ein Pech-Sprengfeuer. Genau. Jetzt müssten wir nämlich, glaube ich, mehr Schaden machen. Und eher weniger. Ja, sieht mir jetzt nicht so aus. Nicht so wirklich richtig. Oh. Komm her. Das müsste 90 Sekunden lang eigentlich gehen, aber... Oh, jetzt haben wir ihn bald halb runter. Und jetzt geht es wieder los. Noch haben wir Schutz. Aber so richtig toll ist dieser Schutz nicht. Die Rüstungen haben jeweils 30 Prozent von beiden. Und dann... Oh, nicht runterfallen. Ella, pass auf. Und dann müsste man eigentlich mit... Mit dem Frostschutzmittel ordentlich fast 70 Prozent haben. Und trotzdem brezelt der uns weg. Gott, ich... Genau. Jetzt einmal Barriere. Der kommt nämlich gleich wieder hier mit seinem... So, und dann am besten auseinanderziehen. Jawohl. Lauf, Ella. Oh, und guck mal, wo er ist. Wo ist er denn? Wo ist er? Kalgetzahn, wo bist du? Ja, wir haben ihn halb runter, Leute. Wir haben ihn halb runter. Und noch sitzt mit unserem heilenden Nebel und mit den Tränken einigermaßen... Ja, gut, okay. Okay, Dorian, du kriegst. Genau. Sieht's eigentlich noch relativ gut aus. Jetzt müsste er demnächst... Müsste er eigentlich wieder nach der Brut brüllen. Jetzt gibt's nochmal ein... Eine Eis... Eine steinerne Faust. Eiserne Faust. Steinerne Faust natürlich. So, komm du... Genau, bleib. Jetzt geht's los. So, jetzt kommt die Brut. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Da sieht man sie schon laufen. Aber noch ist sie nicht da, glaube ich. Ah, das ist immer das Gleiche. Der ruft die Brut und dann zieht er einen ran. Das ist scheiße. Um's mal so deutlich zu sagen. Ah, ja. Heilender Nebel. Sollten... Sollten wir tun. Bevor die Brut kommt. Die böse Kleinen. Noch sind sie nicht da. Na, was ist denn mit dem Nebel, Leute? Machen wir jetzt nochmal. Reicht das? Äh... Gut, okay. Wenn Ella nicht so viel abkriegt, ist es nicht ganz so wild. So, heilender Nebel. Glammopfer. Wirft doch jetzt Dorien. Na Gott. Na nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Müssen wir denn schon wieder einen Trank nehmen? Einen Schutztrank? Ja, tatsächlich. Okay. Gut. Und einen Heiltrank für Dorien. Gut. Wo sind denn die Kiddies wieder? Da kommen sie irgendwo. Jetzt kommen sie. Ich sehe sie hier. Ich sehe sie. Auf der Minimap sehe ich sie laufen. Okay. So. Ähm... Flammenopfer. Okay. Dorien kann nicht allzu viel machen. Gerade kam das ein Standardangruf. Scheiße. Ah, da ist es. Okay. Okay. Trank. Helft Dorien. Gut, dann nimmst du jetzt auch noch einen Trank. Dann haben wir nur noch die heilenden Nebels. Dann machst du ein Stück, dass du wegkommst. So, Ella, was kannst du jetzt machen? Kannst du mal... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es besser ist, den kalten Zahn weiter anzugreifen oder sich um die Brut zu kümmern. Aber bei der Brut ist ja momentan bloß einer da. Vielleicht schalten wir den geschwind aus. Komm mal her, Drachenjunges. Gott sei Dank kam die bis Stufe 19. Wenn die auch Stufe 21 hätten, dann aber hallo. So, komm mal her, Drachenjunges. Steinfaust einmal. Genau. Und Dorien greift auch an. Dorien greift auch an. So. Und passt bitte an. Jetzt kommt es... Gut, okay. Komm her. Jetzt mal mit dem Sprengen, mit dem Pechspunkfeuer versuchen. Na gut. Das ist vielleicht für einen Drachenjunges ein bisschen verschenkt, die ganze Geschichte. Und vor Dorien ist schon wieder ziemlich... Ah. Jetzt ruft er schon gleich wieder. Okay. Vielleicht Zeit, einen heilenden Nebel zu geben, oder? Komm mal her, komm mal her, komm mal her, heilenden Nebel, bevor die Babys kommen. Genau, so, wunderbar. Im richtigen Augenblick, der Dorien, der ist schon wieder down. Gut, so. Pechspunkfeuer. Das sollte euch... Das sollte euch vermutlich... Ach, Mensch. So, komm her, auf. Dorien passt doch ein bisschen auf. Der Dorien, der... Also, irgendwie... Naja, wobei ich die KI gar nicht schlecht finde, muss ich ehrlich sagen. So, dann haust mal hier. Genau, Flammenopfer. Flammenopfer. Los. Und, wie sieht es aus? Ah. Ah, gut. Okay, du bist hinüber. Wunderbar. Und da kommt noch eins. Verflixt aber auch. Man kommt nicht dazu den kalten Zahn. Da sind noch zwei insgesamt. Wo ist denn das? Das ist das. Das ist bei mir, genau. Ja, das ist vielleicht nicht gut. Vielleicht sollte ich erst wegrennen. Aber komm, ich versuch's einfach. Also, eine Umarmung wäre besser. Dann wäre das nämlich erst mal erledigt. Ah, du hast auch eins. Da ist das zweite. Okay, alles klar. Versuch's mal mit dem Geistschlag, Dorien. Ist ja das Einzige, was du im Augenblick machen kannst. Jetzt weglaufen, Ella. So, und auf zu Dorien. Und heilenden Nebel geben. Aha. Schnell, 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 schnell. Okay. So. Jetzt wird's langsam eng. Ich weiß gar nicht. Ich kann gerade... Oh, Dorien, schon wieder den Abgang gemacht. Ich kann's gerade gar nicht sehen, wie viel der kalten Zahn noch hat an Leben, weil die Dings drüber ist. Seine Rüstungsleiste. Autsch. Verflixt man aber auch echt. So, komm, jetzt mach mal das Kleine hier fertig. Dorien, hilf mal, das Kleine fertig machen. Genau. So. Dann haben wir das gleich. Und jetzt zieht er uns wieder rein. Das ist nicht zu glauben. Nein. Auf Nächster auf rein, Ella. Nicht sträuben. Nicht sträuben. Einfach reinlaufen. Und jetzt gib ihm alles, was du hast. Gib ihm alles, was du hast. Erst die Steinfaust. Dann das Flammenopfer. Genau. So. Und das hat wieder ordentlich, ordentlich Schaden gemacht. Ich weiß nicht, wie oft er seine Brut jetzt noch ruft. Keine Ahnung. Spuckt er jetzt gleich wieder? Nein, er ruft wieder Scheibenkleister. Echt. Hm. So. Ich hab jetzt noch zwei heilende Nebel. Ich hab keine Ahnung, wie viel hat den Dorien. Jetzt machen wir erst mal das Kleine weg. Genau. Oh, oh, oh. Ella. Ja. Genau. Blöd. Kriegt der Dorien nix ab. Aber gut, okay. Mit der, der heilt mittlerweile auch schon gar nicht mehr richtig kann. So richtig. Geht daran, dass die Rüstungen keinen Heilungsbonus haben. Dann hab ich zugunsten der Eisresistenz, die, wie ihr seht, nicht allzu viel taugt. Oh, jetzt bin ich aber froh, dass er jetzt hier so. Komm her. Noch ein Drittel. Er hat noch ein Drittel von seinem Leben. Wir werden ihn doch wohl fertig kriegen. So, jetzt ganz schnell zu Dorien laufen. Dorien darf nicht fallen, weil ich hab nur noch einen heilenden Nebel. Er hat noch drei. Okay, komm her. So müssen wir das machen. Damit jeder einen hat. Damit, wenn einer fällt, dann immer noch die Chance ist. Es wirft doch schon. Ja. Gut. Okay, so. Kalten Zahn, wir kriegen dich. Wir kriegen dich, mein Freund. Wie er guckt. Wie er guckt so frech. Also irgendwann werden wir vielleicht doch noch Freunde. Und da kommen die schon wieder. Okay, eins. Ich seh nur eins. Ja, genau. Da ist, finde ich, immer die eisige Umarmung ganz gut. Weil die, die Kleinen erstmal in der Runde, als nächstes schlägt er schon wieder mit. Das ist doch echt zum Kotzen. Wenn man da von vorne läuft, sehe ich gerade, ist das wesentlich besser, als wenn man von der Seite reingezogen wird. So, gib ihm alles, Ella. Gib ihm, was immer du hast. Komm. Flammenopfer. Dorien, du auch bitte Flammenopfer. Einmal Flammenopfer. Einmal Flammenopfer. Dankeschön. Okay, so. Wir haben noch drei heilende Nebel. Ja. Genau. Dann werden wir jetzt einfach einen, in der Hoffnung, dass es uns reicht, werden wir einen heilenden Nebel verschwenden, gewissermaßen. Ich hoffe nicht, dass der nochmal, ich hoffe nicht, dass der nochmal die Kinder ruft. Okay, dann jetzt spreng. Ja, komm. Ja, so. Und jetzt machen wir, jetzt machen wir mehr Schaden. Ich hoffe doch zumindest. Und er macht weniger. Und jetzt, ah shit, jetzt fliegt er weg. So ein Mist aber auch. Da seht ihr mal, wie das Sprengfeuer, das Pech-Sprengfeuer, überall Pech blubbern. Echt hammermäßig. So, okay. Ähm. Ella, wo bist du hinterher genau? So, und jetzt dann bitte schön gucken, wo er herkommt. Das wäre mal. Ja. Okay, so. Immer schön den kalten Zahn im Auge behalten. Dann können wir nämlich auch unsere Mana sparen. Ja, kommt's. Ja, jetzt hat's einen Dorian erwischt. So ein Mist aber auch. Ella, brauchst gar nicht hinterher schlagen. Es nützt nichts. Komm, der hat noch 20% Leben. Wir kriegen den doch jetzt, oder? Verflixtum aber auch. Ruft der schon wieder die Kids? Ah, der ist offensichtlich noch ein bisschen geschwächt. Oder was fliegt denn da weg? Von dem Pech. Ach nee, ich hab meine Güte. Jolina Hawk. So, jetzt bitte auf. Volle, volle Pulle. Volle Pulle bitte. Alles, was wir haben. Flammenopfer. Äh, ich kann nicht fehlen. Okay, dann machen wir halt einfach den normalen Angriff. Auf, komm, wir kriegen dich verflixtum aber auch. Das wird doch wohl klappen. Ah, nein, jetzt ruft der nochmal. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's scheißeng. Mann, Mann. Und er haut wieder ab. Okay, das ist natürlich von Vorteil, weil dann können wir uns nur um die, um die Kleinen kümmern, wenn sie denn kommen. Da hinten wabert wieder überall das Pech-Sprengfeuer. Ja, wo sind sie denn jetzt? Kommen die wieder nicht hoch? Jetzt, okay. Müssen wir uns ein bisschen außen, ja, genau, auseinanderziehen. Komm, kalten Zahne. Hey, echt. 10% Leben oder 15? Das werden wir doch wohl schaffen. Oh Mann, das kreischt nach einem. Jetzt hängt der da oben und das gibt's erstmal wieder, genau. Nehmen wir erstmal, genau, erstmal. Kälte-Elixier und dann, ja, hm. Genau. So, okay. Das sollte uns doch hoffentlich reichen. Das war ja genau der richtige Augenblick, weil wir waren nicht mehr geschützt. Da hätte der uns weggeputzt. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir ihn von da oben kriegen. Jawohl, super. Okay. Ja, schmeiß du mal. Ich bin gerade geschützt. Weil jetzt ist es eine Frage der Zeit. Es ist wirklich eine Frage der Zeit. Wer ist schneller? Er oder ich? Beziehungsweise er oder wir. Das wird wieder so ein arschknapper Ausgang wie beim Winsomeer und auch bei Aaron gegen den Drachen in den Hinterlanden. So, jetzt los, komm. Auf, auf, auf. Äh? Ja, komm, auf. Los. Jetzt gibt er alles hier. Er tänzelt richtig. Nach vorne, nach hinten. Jetzt schlägt er wieder. Nee, gar nicht mal. Komm, auf, komm. Das wird doch wohl reichen. Verflixte aber auch. Oh, es gibt, nein. Einen Nebel haben wir noch. Vielleicht sollte ich Sprengfeuer. Genau. Einmal ein Pech Sprengfeuer. 25% mehr Schaden machen wir. Habt ihr es gesehen? So, da hinten kommt eins von den Babys. Am Ende werden wir diesen Babys zum Opfer fallen, weil den kalten Zahn, den haben wir schon so gut wie. Selbst wenn der jetzt nochmal seine Rüstung macht. Und jetzt, ah, nee, echt. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist wirklich, er oder wir. Er oder wir. So, was mache ich denn? Hm. Gut, komm, am besten, genau. Flammenopfer, Flammenopfer. Komm her, los, 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 los. Dann kannst du schlagen, so viel du willst. Da kommt wieder so ein ekliges, kleines. Hm. Das ist aber nur eins, ne? Da kommen zwar oben noch irgendwelche. Genau, mach du mal hier in den Feuerwald. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ich laufe ein Stück weg. Genau, helft Dorian. Wer soll Dorian helfen, wenn nicht du, Ella? Und weiter auf den, weiter auf den kalten Zahn. Dorian, es tut mir leid. Unter Umständen muss ich dich jetzt einfach sterben lassen, weil ich laufe jetzt nicht zu dir, um den heilenden Nebel zu werfen. Weil dann befürchte ich, dann befürchte ich, dass ich auch falle. Komm her, auf kalten Zahn. Komm jetzt, dann machen wir dann los, los, los. Die Rüstung ist gleich weg und dann ist nicht mehr viel Leben übrig. Und der Dorian, der hält sich auch mit seinem letzten bisschen Leben. Komm. Ja gut, er hat noch ein bisschen Restbarriere. Ja, das war doof. Aber die Killies sind weg. Die hat Dorian fertig gemacht. Komm her. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wird wirklich arschklapp. Dann komm, Ella, genau. Na? Na? Verflixt aber. Das hatte ich jetzt. Komm nochmal. Genau. Verflixt. Wenn das nicht klappt, das ist übel. Da kann man sterben, obwohl man es eigentlich richtig gedacht hat. Yeah. Juhu. Ciao, ciao, kalten Zahn. Ciao, ciao. So. Und jetzt kommen noch die Killies. Da müssen wir mal gucken. Bevor wir plündern. Da kommen sie. Irgendwo kommen sie. Ich sehe sie doch. Ich sehe sie doch laufen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hallo. Kinder. Die kommen jetzt von unten hoch. Dann hüpfen wir mal da hoch. Genau. Und dann versuchen wir sie mal hier abzufangen. Die sind ganz schön agil, die Kleinen. Schade, dass wir kein Sprengfeuer mehr haben. Dann setzen wir erstmal einen Feuerwall. So, genau. Dann greift ihr mich nicht an. Feuer mögt ihr nicht. Das weiß ich. Und dann hauen wir hier einfach mal alles rein, was wir haben. Dorien ist auch fleißig. Nicht, dass Dorien noch fällt. Das wäre wirklich schade und völlig unnötig. Auf geht's. Los. Und jawohl. Dann haben wir sie. Ja, ich könnte das auch den ganzen Tag machen. Ich finde Drachenkämpfe grandios. Die machen einen riesen Spaß. So, jetzt gehen wir uns unseren Lohn holen. Einmal plündern. Ich meine, es ist leider immer dasselbe drin. Insofern, tja, was soll man machen? So, ihr Lieben. Das also war der kalten Zahn mit der Zweiermagier. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum Hochlandwüter. Ciao. Ciao. Ciao.